Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 5,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, dieses Markenprodukt ist zwar hoch im Preis, jedoch deutlich heller als die günstigere Konkurrenz. Im gewerblichen Bereich zahlbar. Teuer aber hell. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung. Bis zum nächsten Mal.